ICOLO ist eine frankophon-politische Partei in Belgien mit ökologischen Grundsätzen, die in Wallonien und Brüssel antritt. 1980 entstanden, zählte sie zu den ersten Grünen der Welt, die in ein nationales Parlament einzogen. Die flämische Schwesterpartei heißt Grün. Geschichte Die Grünen waren die Überraschungssieger der Wahlen vom 13. Juni 1999, die deutlich ihren Stand in der Mehrheit der Wahlkantone erhöhten. Diesen Erfolg begründete man mit der emotionalen Krise, die mit der Dutro-Affäre und der Dioxinkrise entstanden war. Die Liberalen und die Sozialisten luden sie für die Legislaturperiode von 1999 bis 2003 zur Mitregierung ein. In dieser völlig neuen Koalition erhielt ICOLO den Posten des Vizepremierminister und des Ministers für Verkehr und Transport sowie den Posten eines Staatssekretärs für Energie auf Bundesebene. In der Region Wallonien wurden Thierry Dicien Minister für Soziales und Gesundheit und Jose Daras Vizepräsident der Wallonischen Regierung. Minister für Transport, Verkehr und Energie. Für die französische Gemeinschaft Belgiens wurde Jean-Marc Norlitt Bildungsminister und Nicole Mare Schall Minister für Jugend und Gesundheit. Für die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens wurde Hans Nissen Minister für Jugend, Familie, Kultur und Soziales. Bei den Kommunal- und Regionalwahlen vom Oktober 2000 wiederholte ICOLO ihre guten Ergebnisse. ICOLO blieb an ihrem Platz an der Regierung bis zum 5. Mai 2003, als Isabelle Duren die Unterschrift unter ein Abkommen ablehnte und durch Premierminister Geifer Hofstadt ihrer Funktionen enthoben wurde, der sie einem anderen Minister zuteilte. Daher traten Isabelle Duren und Olivier Deleuze von ihren Ämtern zurück. Die Wahlen vom 18. Mai 2003 bescherten ICOLO herbe Verluste, ein Ergebnis das durch spätere Umfragen bestätigt wurde. Bei den Wahlen am 10. Juni 2007 konnten sie ihr Ergebnis auf nunmehr 5,98 Prozent fast verdoppeln und stellen jetzt acht statt bisher vier Abgeordnete. Ihre flämische Schwesterpartei Grün schaffte den Wiedereinzug ins Parlament, so dass die gemeinsame Fraktion künftig zwölf Mandate hat. In Umfragen stand die Partei Wallonienweit im Juni 2010 bei knapp 20 Prozent. spenden besonder besonder . Wir sollen das werden